Die Marienkirche Karls des Großen. Der Symbolbau einer neuen Epoche. Sie bildet die Basis für den Aachener Dom. Für eines der bedeutendsten Monumente der Menschheit. Ein Weltkulturerbe. Der Bauherr, Karl der Große, ist der erste Kaiser im Westen nach dem Untergang Roms. Er will ein Abbild des Himmels schaffen. Für die Menschen damals ist der Aachener Dom ein Wunder. Ein Wallfahrtsort für Millionen. Der Thron Karls des Großen. 30 Könige in sechs Jahrhunderten erhalten im Dom ihre Krone. Denn der Dom ist die Krönungskirche des Reiches. Die Chorhalle. Gebaut wie ein riesiger gotischer Reliquienschrein. Für die Aachener Heiligtümer und die Gebeine Karls des Großen. Mit dem Aachener Dom beginnt die Geschichte Europas. Er ist ein Ort der Hoffnung, des Gebetes und des Rückzuges für 50 Generationen von Gläubigen. Er übersteht alle Katastrophen. Ein Monument der Ewigkeit. Anflug auf ein Weltwunder. In ihrer Epoche, vor rund 1200 Jahren, ist die Marienkirche Karls des Großen in Aachen eines der spektakulärsten Monumente Europas. Ein achteckiger Kuppelbau. Das Oktogon. Im frühen Mittelalter reinste Hightech. Das Vermächtnis Karls des Großen. Des ersten europäischen Kaisers nach dem Untergang Roms. Karls architektonisches Ausrufezeichen. Ich habe es geschafft. Es gibt ein neues Reich. Und diese Kirche ist sein spiritueller Mittelpunkt. Dem Betrachter sollte bei diesem Anblick der Atem stocken. Und das ist Karl und seinen Baumeistern wirklich gelungen. Im fünften Jahrhundert geht das kaiserliche Rom im Westen unter. Der Untergang der Antike. Doch Aachen besitzt jetzt etwas ganz Besonderes. Thermalquellen. Und die sind in Aachen ergiebiger und heißer als sonst wo in Mitteleuropa. Um die 72 Grad. Dafür lieben die Römer Aachen. Sie errichten Thermalbäder. Einen marmorstrotzenden antiken Badeort. Doch nach dem Untergang des Römischen Reiches verfallen die Prachtbauten. Die Wildnis erobert sie zurück. Große Teile des antiken Wissens gehen nach und nach verloren. Zwischen den Prunkbauten weiden Schafe. Und die antiken Großbauten dienen als Steinbrüche. Als sich Karl im 8. Jahrhundert anschickt, sein Projekt eines riesigen Palastes anzugehen, wird voraussichtlich niemand in unmittelbarer Nähe Aachens das Know-how für ein solches Großbauwerk gehabt haben. Karl der Große. Der erste Kaiser nach den römischen Cäsaren. Sein fränkisches Reich umfasst halb Europa. Als 50-Jähriger stellt er sich einer riesigen Herausforderung. Der Wanderkaiser, der mit seinem Riesengefolge von einem Palast zum nächsten zieht, will sesshaft werden. Er will eine Riesenpfalz bauen. Pfalz kommt von Palas, römisch Palast. Eine Anlage, die ihm und seinem Gefolge dauerhaft eine Heimat ist. Karl hat ehrgeizige Pläne. Ihm schwebt ein neues Rom vor. Zentrum seines wachsenden Reiches. Am Ende des 8. Jahrhunderts beginnen die Bauarbeiten. Karl ist mehr als nur Bauherr. Vermutlich ist er auch maßgeblich Mitgestalter dieses ehrgeizigen Projekts. Viele Details sind seine ureigene Idee. Details von großer symbolischer Bedeutung. Er gibt den Befehl aus Italien, antike Säulen nach Aachen zu schaffen. Ein ungeheurer Kraftakt an Material und Menschen. Und ein Symbol. Karl sieht sich als Nachfolger der römischen Cäsaren. Säulen aus dem kaiserlichen Ravenna tragen die Kirche Karls. Eine Botschaft. Denn tatsächlich haben sie keine statische Bedeutung. Sie sind nur Dekoration. Das Oktogon ist das Herz der kaiserlichen Pfalzanlage. Dass sich der große Kaiser ausgerechnet für diese Form entschieden hat, war kein modischer Einfall. Der achteckige Stern steht als Symbol für Vollkommenheit. Und das ist das, was Karl will. Ein Bauwerk von größter Vollkommenheit und Perfektion schaffen. Keine ganz einfache Aufgabe in seiner Zeit. Denn das Wissen der alten Römer ist im Westen fast vollständig vergessen. Woher also das Know-how nehmen für ein derartiges Mammutprojekt? Künstler und Ingenieur in Personalunion. Odo von Metz. Karls Baumeister. Der Kopf des Unternehmens. Er ist von Anfang an dabei. Erinnert sich oft an den Beginn der Arbeiten. Die unlösbar scheinenden Probleme. Die größte Herausforderung dürfte das Völkergemisch auf seiner Baustelle gewesen sein. Die Kommunikation mit Experten aus allen Teilen der bekannten Welt. Dazu der Druck, der auf ihm lastet. Immer mit dem allmächtigen Kaiser im Nacken. Odo kennt jedes Detail. Er ist Baumeister, Statiker und Manager in einer Person. Seit dem Winter 794 bewohnt Karl die Pfalz dauerhaft. Sein Biograf beschreibt Karl als freundlich und gerecht. Als Idealbeispiel für den guten Herrscher. Doch Karl würde kein Weltreich regieren, wenn ihn nicht ein unbeugsamer Wille treiben würde. Und mit seiner Pfalz will er etwas Einmaliges in seiner Epoche schaffen. Man hat natürlich hier am Hof an der Pfalze die besten Gelehrten gehabt. Man hat auch die besten Baumeister sicherlich hier gehabt. Und hat dafür halt auch sich Techniken oder Handwerker aus anderen Ländern hierher geholt. Für die Eisenringanker Langobaden zum Beispiel. Den Ziegelsteinmörtel aus der Hagia Sophia ist hier kopiert worden. Armenische Baumeister waren vielleicht hier tätig. Also das ist ganz klar, das konnten damals die Franken nicht. Man hat hier wirklich die besten Spezialisten zusammengeholt, um das Bauwerk hier so zu erstellen. Die Technik der Eisenbearbeitung ist im Westen vergessen. Karl holt Schmiede aus Norditalien nach Aachen. Die Männer, die hier arbeiten, sind die Besten auf ihrem Gebiet. Mit einem Qualitätsanspruch, der ihre Kollegen noch 50 Generationen später in Staunen versetzt. Acht. Die Zahl für Vollkommenheit und den Tag der Auferstehung. Deshalb hat Karlskirche acht Ecken. Vis-à-vis des Oktogons stand Karls Aula Regia, die Königshalle der Anlage. In ihr wurde regiert. Auf ihren Grundmauern entstand 1349 das Aachener Rathaus. Der Granusturm. Das Einzige, was von der monumentalen Pfalz Karls weitestgehend erhalten blieb. Die Umrisse der Anlage. Was ist noch von ihr vorhanden, tief im Untergrund der Kaiserstadt? Ein Schacht, fünf Meter tief. Der Abstieg in eine andere Epoche. Eine Grabanlage. Vier Menschen wurden hier bestattet. Sie alle haben in der Epoche Karls des Großen gelebt. Und sie waren ganz sicher nicht einfache Leute. Ein Grab war ummauert. Es wurden Reste eines Sages gefunden. So bestattete man Amtsträger. Mitglieder des Kaiserhofes. Wie hat ihr Aachen ausgesehen? Grabungen am Rathaus. Die Freilegung der Grundmauern von Karls Königshalle. Die Archäologen stoßen auf eine alte römische Festung mit einer fast fünf Meter breiten Mauer. Karl nutzte diese Reste als Basis seiner Aula Regia. Und noch etwas können die Archäologen mit Gewissheit sagen. Das antike Aquagranis. Das antike Aachen war ein veritables Kurbad mit großzügigen Thermalbädern, Tempeln und möglicherweise einem Theater. Also für Karl den Großen war die Aachener Pfalz wohl auch eine besondere Sache deswegen, weil sein Biograf Einhard überliefert beispielsweise, er kam nach Aachen wegen der heißen Quellen. Das heißt, es ist eine Sache, er hat sich hier wohlgefühlt, er hat in den Quellen gebadet, er konnte seine Krankheiten beispielsweise lindern. Es gab hier Möglichkeiten auch zu jagen, was er sehr gerne tat. Also es war in jedem Fall auch eine emotionale Sache. Aus meiner Sicht spielte es sicher auch eine Rolle, dass Aachen eine nicht ganz unbedeutende römische Vergangenheit hat. Und Karl dem Großen nachgesagt wird, dass er durchaus die Nähe zum römischen Imperium suchte. Karl suchte die Nähe zu allem Römischen so sehr, dass er seine Pfalzkirche, den heutigen Dom, direkt auf einer Thermenanlage der alten Römer errichten lässt. Dort, wo sich heute die Kuppel des Oktogons befindet, war vor 1900 Jahren ein römisches Bad. Spurensuche in den Eingeweiden des Domes. Ja, wir sind jetzt rund zwei Meter unter dem Fußboden des Aachener Doms, neben dem Oktogon und sitzen quasi in einer römischen Wanne in einem Kaltwasserbecken der römischen Thermen, die hier Anfang des zweiten Jahrhunderts errichtet wurden, die bis ins fünfte Jahrhundert vermutlich in Nutzung waren. Und auch danach gab es hier eine Nutzung mit Gräbern, also einem Friedhof, zu dem wahrscheinlich auch eine kleine Kirche gehört hat. Und ja, erst im 8. Jahrhundert ist dann hier die Kirche darüber entstanden. Karls Kirchenbau muss seinen Zeitgenossen als ein wahres Wunderwerk erschienen sein. Faszinierend, rätselhaft und sicherlich auch furchteinflößend. Bei einer solchen Konstellation ist schnell vom Teufelswerk die Rede. Kaum eine Großkirche oder Kathedrale, um die sich keine Teufelssage rankt. Der Teufel selbst hätte den Aachnern beim Bau geholfen. Als Lohn verlangt er die Seele desjenigen, der als erster den Dom betritt. Doch die Aachener täuschen Satan und jagen als erstes eine Wölfin durchs Tor, das man seitdem Wolfstür nennt. Ein Meisterwerk in Bronze aus karolingischer Zeit. Der Teufel rast vor Wut. Beim Zuschlagen der Dompforte reißt er sich einen Daumen ab, der noch heute im Schloss der Tür zu erfüllen ist. Wer ihn da herauskriegt, bekommt ein goldenes Kleid. Die Vorhalle des Domes. Statt heiligen Statuen erwartet die Besucher eine Bärin, die wie ein Wolf aussieht. Ein weiteres Beutestück Karls aus Rom. In der Antike ein Symbol für Macht. 129 Zapfen mit Löchern. Wohl Teil einer Brunnenanlage. Ein riesiger Pinienzapfen aus Bronze. Ein Symbol für Fruchtbarkeit, so sagt man. Überall im Dom finden sich Symbole, Hinweise, Andeutungen. Ihre Interpretation jedoch ist tückisch. Sicher ist, dass Karl seinen Dom bewusst mit Spolien, frei übersetzt Beutestücken aus älteren Bauwerken ausstatten lässt. Am prominentesten sind die Säulen, die aus Rom stammen und die um 798 im Dom eingebaut werden. Auch das ist ein hochsymbolischer Akt. Karl bringt ein Stück Rom nach Aachen. Wenn man so will, ein Stück antikes Kaiserreich. Seine Palastanlage ist die größte nördlich der Alpen und entstand unter fränkischer, nicht römischer Herrschaft. Aus dem Franken König Karl wird der Kaiser Europas und seine Pfalzanlage zum Mittelpunkt seines Reiches. 808 ist sie bereits weitgehend vollendet. Ein Kraftakt, wenn man bedenkt, dass an vielen Großkirchen mehr als 100 Jahre gebaut wurde. Und die Pfalz ist die Keimzelle für die Kaiserstadt Aachen. Eine der bedeutendsten Städte des Mittelalters. Für hunderte Fachkräfte, die an diesem Monument arbeiten, ist dieses Großprojekt eine praktische Universität für Bautechnik, Ideenaustausch und Know-how-Transfer. Eine Blütezeit bricht an, auch in der Kunst und in den Naturwissenschaften. Dank Karl dem Großen bricht eine neue Epoche an. Und der Dom ist sein Vermächtnis. Karl lässt seine neue, gewaltige Kirche um 800 der Gottesmutter Maria weihen. Sie hüten Karls Erbe. Die Dombaumeister und die Handwerker an ihrer Seite. Es mag sich seltsam anhören, aber Aachen ist Erdbebengebiet. Erschütterungen sind an der Tagesordnung. Risse in der Dachkonstruktion sind die Folge. Die größte Gefahr ist Regenwasser. In Folge Feuchtigkeit und Feuernis. Der Dombaumeister lässt den Putz aus karolingischer Zeit auf Feuchtigkeit prüfen. Eindrucksvoll, wenn man sich vorstellt, dass er von Maurern gemischt wurde, die vor mehr als einem Jahrtausend lebten. Unter der Dachverkleidung verbirgt sich die Achillesferse jedes historischen Bauwerkes. Der Dachstuhl. Traditionell ist die Dachkonstruktion des Oktogons aus Eiche. Viele der Balken sind seit Jahrhunderten an ihrem Platz. Auf einigen von ihnen hat eine der größten Katastrophen in der Geschichte der Stadt Aachen Spuren hinterlassen. Aachen im Jahre 1656. Am 2. Mai schüttet Bäcker Peter Maff Holzkohle auf dem Speicher seines Hauses aus. Einige Stücke glühen noch. Sein Dachstuhl geht in Flammen auf. In den engen Gassen mit ihren hölzernen Fachwerkhäusern tobt ein Feuersturm. 17 Menschen sterben. Amtliche Zahlen sprechen von über 4600 zerstörten Häusern. Der Dachstuhl des Domes steht in Flammen. Aber der Steinkonstruktion kann das Feuer nichts anhaben. Der Dom übersteht den Brand. In der Nacht des 14. Juli 1943 scheint es um die Existenz des Aachener Domes geschehen. Mehr als 200 britische Bomber nähern sich der Stadt. Sie werfen über 60 Tonnen an Brand- und Sprengbomben ab. Sechs Brandbomben explodieren im Dom. Doch die Domwache, zumeist Jugendliche, die für das Bauwerk ihr Leben riskieren, können die Brandherde löschen. Der Dom überlebt den schlimmsten aller Kriege. Doch die größte Gefahr drohte ihm vor mehr als 1000 Jahren. Eine fast vernichtende Belastungsprobe und ein schweres Erbe für die Jahrhunderte danach. Äußerlich ist ihm nichts anzusehen. Aber in seinem Inneren finden sich durchaus noch Spuren dieser Katastrophe. Ein Gang unter dem Oktogon in Richtung Westen. Drei Meter unter dem Niveau der Kirche. Inmitten der Reste der alten Thermalanlage, tief in den Eingeweiden des Domes. Unter losem Schutt, dem Staub der Jahrhunderte, werden die Archäologen fündig. Wir haben hier Spuren eines Erdbebens vor uns, erkenntlich durch die starken Risse hier im Mauerwerk, im Boden. Dieses Erdbeben ist in Deckung zu bringen mit einer schriftlichen Überlieferung der Karolingischen Reichsanhalen aus dem Jahr 803, wo für Aachen-Pfalz das Erdbeben überliefert ist, bei dem es auch Tote gegeben hat. Die Mauerrisse zeigen, dass es ein Erdbeben war, was sehr stark war. Geologen haben herausgefunden, dass es eine Stärke von mehr als 5,5 auf der Richterskala gehabt haben muss. Und diese massiven Risse, die eben auch alle Kirchenmauern hier betreffen, die zeigen einfach die Stärke des Bebens, aber auch, dass das Bauwerk es überstanden hat. Zum Zeitpunkt ihrer Erbauung ist die Marienkirche der bedeutendste Sakralbau nördlich der Alpen und einer der größten Kuppelbauten seit dem Untergang des Römischen Reiches. Noch heute wirkt das Oktogon fremdartig, geheimnisvoll, inspiriert vom Baustil der Kaiserstadt Byzans, dem heutigen Istanbul. Und Geheimnisse birgt das Bauwerk ganz ohne Zweifel. Karlsmarienkirche, so wird vermutet, wurde nach einer komplizierten Zahlenmystik errichtet. Eine Art von religiöser Mathematik. Denn die 8 symbolisiert nicht nur Vollkommenheit, sie ist auch die Zahl Christi. Die 2 ist die Zahl des Sohnes, die 16 das Produkt aus 2 und 8. 16 Ecken hat der Kapellenbau, der das Oktogon umgibt. Sicherlich kein Zufall. Das gesamte Gebäude ist nach einem festen Maßsystem errichtet, das sich auf 50, 100 und 144 Fuß bezieht. Das Fußmaß ist eigentlich das antike Baumaß vor dem Metermaß. 50 und 100 sind nach dem Alten Testament die Baumaße des Vorhofes des Zeltes Gottes. 144, 12 mal 12, ist nach der Offenbarung des Johannes das Maß des himmlischen Jerusalem. Was hier gebaut wird, ist ein Bild des himmlischen Jerusalem, ein Bild des Zeltes Gottes unter den Menschen. Sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte zwölf Tore und auf den Toren zwölf Engel. Das himmlische Jerusalem in der Prophezeiung des Johannes. Ein Geschenk von Kaiser Friedrich Barbarossa aus dem 12. Jahrhundert. Auch der Barbarossa-Leuchter symbolisiert das himmlische Jerusalem. Karl will mit seiner Kirche ein Stück Himmel auf Erden schaffen. Karls Chronist Einhard schreibt. Gegen Ende seines Lebens, als ihn schon Krankheit und Alter bedrückten, ließ Karl seinen Sohn Ludwig den Frommen zu sich rufen und machte ihn im Jahre 813 zum Mitkaiser. Einhard verdanken wir fast alles, was wir über Karl den Großen wissen. Es ist die Nacht zum 28. Januar 814. In den Arkaden der Pfalz stehen die Menschen, die ihm nahestehen. Sie warten, sie beten, sie weinen. In den letzten Tagen vor seinem Tod leidet Karl an hohem Fieber, von dem er sich nicht mehr erholt. Einhard schreibt, er starb, nachdem er die heilige Kommunion erhalten hatte, am 28. Januar in der dritten Stunde, sieben Tage nach seiner Erkrankung. Karl wird 66 Jahre alt. Mit Karl stirbt auch der Traum von einem europäischen Reich unter fränkischer Herrschaft. 843, knapp 30 Jahre nach seinem Tod, wird Karls Imperium aufgeteilt. Doch an diesem Morgen wird Karl der Große für die Menschen zum Mythos. Aber Karls Wunsch, in Saint-Denis bei Paris neben seinen Eltern bestattet zu werden, wird nicht respektiert. Karls Hofkronist Einhardt schreibt, das Begräbnis fand noch am Tag des Todes in der von Karl erbauten Marienkirche von Aachen statt. Karl der Große ist in einer Nacht- und Nebelaktion bestattet worden. Er starb am 28. Januar 814 morgens gegen 9 Uhr und am Nachmittag ist er schon bestattet worden. Dafür gab es eigentlich keinen Grund. Es sei denn, man wollte diesen Leichnam in Aachen behalten. Ein geschlossenes Grab war eines der großen Tabus. Karl wollte tatsächlich nicht in Aachen bestattet werden. Er hat in sein Testament geschrieben, man möge ihn in der Abtei Saint-Denis bei Paris an der Seite seiner Eltern bestatten. Das hat man in Aachen ignoriert und hat versucht, durch dieses Begräbnis in Aachen, die Hofstruktur, die in Aachen bestand, auch über Karls Tod hinaus zu erhalten. Der junge Kaiser Otto III. begibt sich im Jahr 1000 auf die legendäre Suche nach dem Grab Karls des Großen. In einer Quelle, der sogenannten Chronik Novalese, heißt es, wir beschädigten es beim Hinkommen, indem wir ein Loch hineinbrachen. Als wir dann zu ihm eintraten, nahmen wir einen sehr starken Geruch wahr. Sicher ist, dass Otto III. im Jahre 1000 das Grab Karls des Großen in Aachen hat öffnen lassen. Problematisch ist die Überlieferung, dass er dieses Grab hat suchen lassen müssen. Wie kann das sein, dass man nicht mehr wusste, wo innerhalb dieses Kirchenraumes sein Grab war? Möglicherweise ist dieses Grab vor den Normanen, den Wikingern, die 888 Aachen überfallen haben, verborgen worden. Wahrscheinlicher ist das ein literarischer Topos. Durch göttliche Fügung findet man dieses Grab. Und damit ist eigentlich schon ein bisschen in Richtung Heiligkeit Karls des Großen argumentiert. Weiter heißt es in der Chronik. Er lag nämlich nicht, wie üblicherweise die Leiber anderer Verstorbener, sondern er saß wie lebendig auf einem Thron. War mit einer goldenen Krone gekrönt, hielt das Zepter in den Händen mit angezogenen Handschuhen, durch die bereits die Fingernägel durchbohr und herausgewachsen waren. Ottos Besuch bei Karl wird zu einer der großen Karl-Legenden, die viele Künstler inspirieren. 1910. Der Archäologe Erich Schmidt begibt sich auf die Suche nach dem Grab Karls des Großen. In vier Jahren wird eine Fläche von mehr als 5000 Quadratmetern erfasst. In der Vorhalle des Domes stoßen die Archäologen auf zahllose Skelette. Doch am Ende entpuppen sich die Funde als Grablegungen aus dem späten Mittelalter. Die Vorhalle des Aachener Domes. Bereits 1980 hatte der frühere Dombaumeister Leo Hugoth die These vertreten, dass sich hier Karls Grab befinden würde. 2007, fast 100 Jahre nach Erich Schmidt, startet hier die bisher gründlichste Suche nach dem sagenumwobenen Grab. Bisher unveröffentlichtes Bildmaterial der archäologischen Kampagne dokumentiert eine Fülle von Gräbern. Die Archäologen datieren sie auf das 12. und 13. Jahrhundert. Skelette von mehr als 100 Menschen. In einer Kirche, nahe den Heiligen begraben zu sein, war im Mittelalter so etwas wie ein Garant für das Himmelreich. Doch der Platz war knapp. Man hat die Toten in der Vorhalle regelrecht gestapelt. Keine Spur vom Grab Karls des Großen. Karlskronist Einhardt berichtet, dass er in seiner Kirche beigesetzt wurde. Doch was genau versteht Einhardt darunter? Denn, so die Archäologen, vielleicht wurde Karl ja außerhalb des Kirchenbaus im Atrium bestattet. Denn das Atrium könnte für Karls Zeitgenossen zum Kirchenareal dazugehört haben. Wichtig ist die sorgfältige und minutiöse Auswertung der Grabwunde. Denn anders als in den Legenden wurde Karl ganz sicher im Erdreich bestattet. Eine Gruft hat es nie gegeben. Wenn das Grab Karls des Großen tatsächlich ein Erdgrab war, dann gehe ich davon aus, man würde es, wenn man es fände, überhaupt nicht erkennen als solches. Er wurde am Tag seines Todes bestattet. Das heißt, welchen Bau, welchen Grabbau kann man an einem Tag denn errichten, der auch dauerhafte Spuren im Boden hinterlässt? Außerdem ist er ja rausgenommen worden und mit ihm auch sein Sarkophag, der Proserpina-Sarkophag. Man müsste also das unverschämte Glück haben, in einem Loch, in einer Grube einen Splitter zu finden, dieses Sarkophages, der dann auch noch anpasst. Das wäre ein Beweis. Ansonsten würden wir das Grab nicht erkennen, selbst wenn wir es vor uns hätten. Der Proserpina-Sarkophag, benannt nach der Göttin der Unterwelt. Ein antikes Meisterwerk. In ihm wurde Karl vermutlich bestattet. Das Relief zeigt die Entführung der Proserpina durch den Gott der Unterwelt. Der Sarkophag symbolisiert das Römische Reich, die kirchliche Bestattung, das Christentum. Karl, christlicher Kaiser und Nachfolger der römischen Cäsaren. Karl findet im Grab keine Ruhe. Im Dezember 1165 lässt Kaiser Barbarossa den Proserpina-Sarkophag öffnen. Er will Karl zum Heiligen erklären lassen. Im Mittelalter wurden dazu die Gebeine öffentlich ausgestellt. Der Gegenpapst Paschalis III. gibt dem Kaiser seinen Segen. Der offizielle Papst Alexander III. verweigert ihn. 1176 kommt es zum Kompromiss. Die Kirche duldet die Verehrung Karls als Seligen, zumindest in den Städten Aachen und Osnabrück. Die Karlsbüste enthält die Schädeldecke des Großen Kaisers. Ein weltweit bekanntes Meisterwerk der Goldschmiedekunst. Reliquiare sind Gefäße für Gebeine und Hinterlassenschaften von Heiligen. Die Rechnung derjenigen, die den Großen Kaiser unbedingt in Aachen bestattet sehen wollten, geht also auf. Ende des 12. Jahrhunderts wird Karl verehrt wie ein Heiliger. Aachen wird in Folge zu einem der erfolgreichsten Wallfahrtsorte der christlichen Welt. Glashaus nennen die Aachener liebevoll den gotischen Chor, den das Domkapitel an das Oktogon anbauen lässt. Es war für die wachsende Zahl der Pilger einfach zu klein geworden. Der Chor wird vor genau 600 Jahren, am 28. Januar 1414, eingeweiht. Nach 60-jähriger Bauzeit. 1000 Quadratmeter Glasfläche machen aus der Chorhalle ein gläsernes Haus oder ein gewaltiges Reliquiar. Ein Bauwerk, errichtet zur Aufbewahrung der größten Heiligtümer des Domes. Der Karlsschrein, gestaltet wie eine Kirche aus vergoldetem Silber. 1215 wird er vollendet und seit dieser Zeit werden in ihm die Gebeine Karls des Großen aufbewahrt. Die vordere Giebelseite zeigt thronend Karl den Großen, zu seiner Rechten stehend Papst Leo III., zur linken Erzbischof Turpin. Karl überragt sie alle. Eine klare politische Botschaft über das Ranking zwischen Kaiser und Papst. Ein seltenes Filmdokument. Am 30. Januar 1983 wird während eines Gottesdienstes die versiegelte Zinklade mit den Gebeinen Karls dem Schrein entnommen und geöffnet. Karl war nicht nur in politischer Hinsicht groß. Er überragte alle um Haupteslänge, schreibt sein Chronist Einhardt. Das Bild des hühnenhaften Herrschers mit Rauschebart hat Generationen geprägt. Forscher der Universität Zürich untersuchen 2010 Karls Skelett. Georg Minkenberg, Chef der Domschatzkammer, hat die Untersuchung koordiniert. Anhand des Knochenbaus widerlegen die Wissenschaftler die Legende vom hühnenhaften Kraftpaket Karl. Er war eher von schlankem Wuchs. Dennoch trifft die Beschreibung Karls des Großen durch seinen Chronisten Einhardt zu. Dieser Mensch hat keinerlei Mangelerscheinungen gehabt. Er hat gut gelebt. Er ist nicht so sehr viel geritten. Das zeigt der Muskelansatz an den Beinen, wie wir das erwarten würden. Er ist vielleicht doch eher gefahren worden. Kurz gesagt, er war 1,85 Meter groß. Das würde heute 1,95 Meter entsprechen. Er beragte damit die meisten Menschen um Haupteslänge, wie Einhardt auch schreibt. All das spricht dafür, die Gebeine Karls des Großen in Aachen sind echt. Das zweite Highlight unter den Schätzen des Domes. Der Marienschrein aus dem 13. Jahrhundert. Wie der Karlsschrein, ein Meisterwerk gotischer Goldschmiedekunst. Doch was den Schrein vor allem für die Menschen im Mittelalter so unfassbar wertvoll macht, sind die Reliquien, die er enthält. Die großen Heiligtümer des Aachener Domes. Die legendären Windeln und das Lendentuch Jesu. Das Kleid von Maria. Und das Enthauptungstuch von Johannes dem Täufer. Diese vier Reliquien sind die Hauptdarsteller eines religiösen Festes, das im 9. Jahrhundert zum ersten Mal schriftlich erwähnt wird. Die Aachener Heiligtumsfahrt. Eine Tradition, die ganz eng mit der furchtbarsten Heimsuchung in der Geschichte Europas verbunden ist. Aachen 1349. Es gibt keine Abwasserkanäle, dafür Schlamm, Dreck, Exkremente. Ein Paradies für Ungeziefer. Vor allem die Ratten sind eine Plage des Mittelalters. Sie übertragen die Erreger der Pest. Der schwarze Tod kommt auch nach Aachen und bringt tausendfaches Leid. Jeder Dritte stirbt. Die Menschen wissen nichts von Krankheitserregern. Sie glauben, Gott bestrafe sie für ihre Sünden. In der Zeit der Pest zieht es die Menschen zu Tausenden zur Heiligtumsfahrt. Sie erhoffen sich Verschonung, betteln um Vergebung für ihre Sünden. Aachen ist eine Großstadt mit 10.000 Einwohnern. Sie wird von den Pilgermassen regelrecht überrollt. Die Annalen berichten, dass wegen der Menschenmassen sogar Krönungen verschoben werden mussten. Seit 1349, der Zeit der großen Pest, werden die Aachener Heiligtümer alle sieben Jahre gezeigt. Aachen 1937. Die Nationalsozialisten kontrollieren das gesamte öffentliche Leben in Deutschland. Trotz aller Störversuche der Nazis kommen 800.000 Pilger nach Aachen, mehr als jemals zuvor. In dieser dunklen Phase der deutschen Geschichte wird die Heiligtumsfahrt zum Statement gegen die Machthaber. Diese Heiligtumsfahrt geht als die Wallfahrt des stummen Protests in die Geschichte ein. Aachen 2014. Zur Heiligtumsfahrt kommen 125.000 Pilger nach Aachen. Aus aller Welt. Die Erhebung der Heiligtümer im Oktogon. Der feierliche Auftakt der Heiligtumsfahrt. Das gemeinschaftliche Gebet. Dieses Ereignis steht für viele Pilger im Vordergrund. Aber auch der mittelalterliche Reliquienglaube ist für einige Christen noch lebendig. Man glaubt weiterhin an die spirituelle Kraft der Reliquien. Eine Echtheitsfrage stellt sich nicht. Das Enthauptungstuch Johannes des Täufers ist ein zweifellos antikes, spätantikes Leinengewebe, das in erster Funktion als Tichtuch gedient hat, oft gestopft wurde und dann, wie es durchaus auch zur Zeit Jesu üblich war, später zur Bestattung eines Leichnams gedient hat. Die wissenschaftliche Untersuchung dieses Tuches hat gezeigt, dass es zwei verschiedene Flecken Typen aufweist. Einmal ganz normale Verwesungsflecken eines Leichnams, zum anderen aber Blut von einem Menschen, der noch lebte oder gerade vorher gestorben war. Es handelt sich mit Sicherheit um eines der Tücher, die in der Apostelgeschichte erwähnt werden, als die Christen die Erlaubnis erwirken, bei hingerichteten Christen sofort den Leichnam an sich zu nehmen. Und sie haben das Blut des Hingerichteten mit solchen Tüchern aufgewischt. Tausende von Menschen kommen nach Aachen, viele aus fernen Ländern, um diese Reliquien aus biblischer Zeit zu betrachten, zu fotografieren. Bewegende Momente mit bewegten Menschen. Eine uralte christliche Vorstellung. Gegenstände, die Reliquien berühren, werden gewissermaßen selbst zu solchen. Die spirituelle Kraft kann übertragen werden. Alles ist willkommen, Rosenkränze oder Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Touristische Attraktion, tiefer Glaube. Dies sind Gründe dafür, dass Menschen in großen Scharen nach Aachen pilgern. Ihre Zahl nimmt wieder zu. 2014 waren mehr Besucher in der Kaiserstadt als bei der Heiligtumsfahrt vor sieben Jahren. Diese Bilder sind jenen, die vor mehr als 600 Jahren zu beobachten gewesen wären, ganz gewiss ähnlich. Die Volksfrömmigkeit ist nach wie vor lebendig. Daran ändern auch Hightech und wissenschaftliche Aufklärung wenig. Die Faszination des gemeinsamen Events, des gemeinsamen Gebets, das Gefühl unter Gleichgesinnten zu sein, egal aus welchem Teil der Erde sie stammen, ist für die meisten die Motivation zu kommen. Beim Pilgergottesdienst auf dem Katschhof im Schatten des Domes werden die vier Aachener Heiligtümer den Versammelten feierlich präsentiert. Einer der Höhepunkte der Heiligtumsfahrt. Die Einzugsprozession mit dem Marienkleid. Das Gewand, das Maria der Legende nach in der Heiligen Nacht trug. Ein Mythos, der bis heute lebendig ist. Das war der Mantel Marias, gewickelt um das Jesuskind. Und ich habe zu Mutter Maria gebetet, dass sie ihren Schutzmantel auch um meine Kinder legt. Deshalb war ich so bewegt, weil ich an meine Kinder gedacht habe. Ich denke, die Menschen brauchen auch, gerade auch so in der modernen Zeit, auch irgendwas mal anzuschauen, auch dann begreifen zu können und zu sehen. Das sind Relikierinnerungsstücke. Ob das nun genau Maria angehabt hat, das ist, denke ich mal, unwichtig. Es erinnert uns aber an das, was alles damals geschehen ist. Und das ist für uns wichtig. Und das erleben wir ganz intensiv, dadurch, dass wir sie Tücher und das Kleid sehen. Die Windeln Jesu. Karl der Große soll sie als Geschenk aus Konstantinopel erhalten haben. Das Lendentuch, das Jesus am Kreuz getragen haben soll. Das legendäre Enthauptungstuch mit dem Blut Johannes des Täufers. Die Aachener Heiligtümer sind unlösbar mit dem Aachener Dom verbunden. Doch nicht nur die einfachen Gläubigen pilgern nach Aachen, sondern auch die Mächtigen ihrer Zeit. Sobald der König zu Aachen auf dem karolingischen Thron Platz genommen hat, gehorcht ihm Deutschland willig nach altem Recht. Der Karlsthron zu Aachen ist die Verkörperung des deutschen Königtums. Eine Institution. Otto der Große ist der erste Herrscher, der sich auf den Thron des großen Karls setzt und damit sozusagen legitimiert wird. Das war im Jahre 936. Ferdinand I. im Jahre 1531 ist der letzte Potentat. In 600 Jahren haben 30 Könige den Aachener Königsthron bestiegen. Denn nur wer auf diesem Stuhl saß, konnte in Rom die Kaiserwürde erlangen. Karl selbst wurde nicht auf diesem Thron gekrönt. Er stammt aus dem 9. Jahrhundert. Die verwendeten Marmorplatten sind jedoch viel älter. Sie sollen aus der Grabeskirche in Jerusalem stammen. Auf einer der Platten ist ein antikes Mühlespiel zu erkennen. Die Platten des Thrones sollen aus der Palasttreppe Pontius Pilatus stammen. Stufen, auf denen Jesus schritt. Eine Vorstellung aus dem Mittelalter. Seine antike Herkunft, seine Position hoch erhoben auf der Empore des Oktogons, all das sind symbolische Botschaften Karls des Großen. Vielleicht sein Hinweis auf den Thron König Salomons, dem urchristlichen König. Karl selbst sah sich als Gottesstadthalter auf Erden. Ein universaler Herrscheranspruch. Generationen von Herrschern wurden im Chor des Domes gesalbt und gekrönt. 30 Generationen von Gläubigen haben unter seinem Dach gebetet. Die Menschen, die im Aachener Dom staunen, beten, sprachlos sind, stehen in einer über 1200 Jahre währenden Tradition. Karl beginnt vor mehr als 12 Jahrhunderten ein Werk, das bis heute die Menschen in seinen Bann zieht. Karl der Große schuf mehr als ein Bauwerk. Er schuf ein spirituelles Monument, das bis heute und hoffentlich noch in Zukunft bestehen bleibt. Wir können es noch immer nicht in all seiner Tiefe ergründen. Und viele Botschaften Karls des Großen werden uns immer verborgen bleiben. Aber auch das ist ein Teil des Geheimnisses und des Zaubers dieses einzigartigen Bauwerkes. Wir können es noch immer wieder aussehen. Wir können es immer wieder aussehen. Wir können es noch immer wieder aussehen. Untertitelung des ZDF, 2020